Ludwig? Ja? Du weißt doch, wann wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben. Weiß nicht. Kann mich nicht erinnern. Meinst du nicht, es wird langsam mal wieder Zeit? Stimmt eigentlich. Oh! Hi! 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 Liebling? Ja? Weißt du eigentlich, wann wir das letzte Mal miteinander geschlafen haben? Weiß nicht. Kann mich nicht erinnern. Nicht so erotisch wie eine Frau mit Alzheimer.